Xbox Live Arcade Microsoft Game Studios Snack Strong Productions and BE Heavy Hour Hallo Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen bei Doritos Crash Course Mein Name ist Ladoo und das hier ist meine allererste Aufnahme auf YouTube Dann gucken wir mal Press A Nochmal dazu gesagt Ich spiele das Ganze blind Kenne nur USA Welt 1 zur Hälfte da ich erstmal mich an der Steuerung gewöhnen musste So, dann gucken wir mal USA 1 Und los geht's Okay, alles klar Einmal hier, zack, rüber Erster Savepoint Laufbänder, aber kein Problem Zweiter Savepoint Dritter Savepoint Ein Stoffhammer Und der vierte Savepoint Der fünfte Savepoint Und der sechste Noch sind die Savepoints relativ nah Später sieht das Ganze noch sehr schwierig aus Und da ist der letzte Savepoint Easy Und dafür eine 1 Klasse Ding Alles klar Gehen wir mal zur nächsten Welt USA 2 Und los geht's Erster Savepoint Ein Stoffhammer Okay Naja Naja Nächster Savepoint Und da hinten ist auch schon der nächste Ein Stoffhammer Nächster Savepoint Ein Stoffstampfer Zack, rüber 1 2 Und 3 Nächster Savepoint Oh, die ist mein Seil Jetzt wird's schon ein bisschen kniffliger Aber auch das haben wir überstanden Savepoint Und noch einer Oh, schaffe ich das noch? Ah, nee Zu voreilig Naja, machen wir das Ganze nochmal Savepoint Ran ans Seil Laufbänder Auch kein Problem Auch das war easy Ran ans Seil Und da hinten ist auch schon das Ziel Wunderbar Und auch dafür eine 1 Prima Ja, und nochmal eine Info Für mehr Welten hier In diesem Spiel Müsst ihr im Xbox-Markt 160 Microsoft Points zahlen Da bekommt ihr London und Las Vegas dazu Wir werden hier USA Europa Und Japan Anzocken Jetzt kommt USA 3 Gucken wir mal Savepoint Ran ans Seil Und hopp Na los Und ran an die Kette Ganz neues Item anscheinend Oh, das war knapp Ich glaub beim Rutschen Kann man den Stoffhammer Super ausweichen Da man geduckt ist Ja Anscheinend Oh, da war ich ein bisschen Voreilig Der Sprung hat nicht ausgereicht Egal Versuchen wir die Zeit ein bisschen aufzuholen Nächster Savepoint Oh, oh, oh Laufbänder und Stoffhammer Jetzt noch Stoffstampfer dazu Nee, da geh ich besser unten lang Hopp, 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 hopp Oh, was denn das? Was ganz Neues Farbkugeln anscheinend Naja Auch das haben wir Überstanden Und Oh Ganz viele Farbkugeln Das war aber auch Ganz schön einfach Na los Ran ans Seil Oh, vorsichtig Darüber Und da ist auch schon das Ziel Wunderbar Und dafür Wieder eine Eins Meine Güte Und zum krönenden Abschluss Das Ganze speichern Schauen wir mal Wo ist A4 Na, da winkt er noch rüber Hallo Auf geht's Erster Speicherpunkt Oh Okay Ein Trampolin Alles klar Neues Item Ach Mist Hab's immer so vorheilig hier Weil das immer alles Auf Zeit geht Nein Ach Mensch Na, da geben wir mal ein Seil Zack So, jetzt haben wir es Rüber Safe Point Was sind das für Dinger? Ja, die Küppen Hab ich gedacht Hab ich denn doch geahnt Oh So Oh, Trampoline Zack Aber auch das haben wir geschafft Stoffhammer Und Laufbänder Oh Safe Point Trampolin Seil Trampolin Und Safe Point Stoffstampfer Nein Oh Diese dämliche Kante Oh, jetzt Ja Naja, egal Fangen wir das Ganze mal langsam So Zack Rann ans Seil Oh Oh, knapp Oh, Safe Point Stoffstamm War hier Hammer Ah Safe Point Super, super Rann ans Trampolin Rann ans Seil Und noch ein Trampolin Und Safe Point So Laufbänder Zack Zack Und Oh mein Gott Farbkugeln Aua Na sag mal Ne, ich geh mal besser Ne, ich geh besser zurück Jetzt müsste es klappen Ja, wunderbar Super Oh, was sind das hier? Boah, ich renne mal besser Renne, 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 renne Oh Puh Leider eine 2 Aber dafür Anscheinend Michael Jackson Moonwalk Wunderbar Na ja dann Ab zur nächsten Welt USA 5 Und los geht's Safe Point Oh, was denn das? Aha Ein Ventilator Ganz neu Und rote Laufbänder Die gehen wir schon ganz schnell ab Oh ja Ei, ei, ei Oh Ne, damit ist es besser Ventilator Zack So Stoffstampfer Ach, das war einfach gewesen Aber hier Oh Ach, das ist fies Aber mit ein bisschen tricksen Aber schafft man auch diese Welt hier So, nächster Safe Point Rann an Seil Und hopp Laufband Achtung Und Safe Point Was ist das hier? Okay Nein Oh Was ist denn das für ein dämliches Seil? Jetzt aber Geht doch Safe Point Rann an Seil So Und ran da Geht doch Und jetzt runter aufs Trampolin Wunderbar Super Safe Point Hoch da Rann an Seil Los Zack Ventilator ausnutzen Super Safe Point Und was ist das hier? Oha Da habe ich aber Glück gehabt Wir müssen anscheinend mit dem Ventilator mitlaufen Na, gehen wir mal hier runter Dup, 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 dup Und Ja Oh, 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 oh Okay, ich renne mal Oh Das war anscheinend zu langsam Ah, das ist doof Oh, mit der Zeit wird es auch ein bisschen knapp Ah, vorsichtig, vorsichtig Oh mein Gott, seht ihr das da im Hintergrund? Ein Ufo, so auf die ganzen Zuschauer ein Oh, schon nicht schlecht gemacht Und Ah, super Da muss man anscheinend Gleich den Zeitpunkt ausnutzen und durchrennen Aber naja Immerhin Zweiter Und Erfolg American Hero Anscheinend habe ich die ganzen Welten jetzt durch Ja Jetzt kommt Europa 1 Dann schauen wir mal rein Ladebild schon Super Slip, slide, ride Mal gucken, was uns Europa so erwartet An Maps Was ist das hier? Ja, da fängt es schon mal an Der schöne Bildschirm Ah, slide, war mal runter Würde ich mal sagen Und Ah, das fiese Laufrand Da muss man A drücken Um schnell mal rüber zu springen Die Stödel Dann machen wir das Ganze nochmal in Schön Wunderbar Trampolin Und die ganz schnellen Laufbänner Aber auch das haben wir geschafft Save Point Und Oh, nein Das hätte ich doch vorhersehen müssen Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Egal Save Point Trampolin Noch ein Trampolin Und Ne Ach, Mann So Ach, hier renne ich einfach hoch So Oh, Ventilator Trampolin Ach, das war ja einfach Save Point Und Oh Ich bin immer so voreilig Nein Ach, Mann Okay Jetzt ganz in Ruhe So Ich trau mich gar nicht rüber zu springen Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe Naja, egal Wir wärmen uns ein wenig auf Und weiter geht's Die verlorene Zeit ein wenig aufholen Gehen wir ein bisschen schneller hier Rennen Oh Oha Oha Nein Ach, Mist Ja, apropos Aufholen Machen wir das Ganze nochmal in Schön Gießen wir dann über den Gang hier unten Vorsichtig Und rüber Super Save Point Trampolin Und Laufbänder Und zwar die ganz schnellen Da muss man ein bisschen vorsichtig sein hier Äh Wird das was hier? Ich weiß nicht Ja, doch Langsam Und Auch das haben wir gesaved Jetzt kommen Oh ne Oh Bein auch runtergefallen Ah ne Dann geh ich mal besser zurück So Zack Das ist ja auch fies Okay Okay, das schaffen wir noch Ja Das sieht gut aus Das sieht gut aus Super Ey, diese Farbkugeln Also meiner Meinung Sind das die schlimmsten Items hier Beziehungsweise fallen Diese dämlichen Farbkugeln Und da sind wir auch schon am Ende Wunderbar Und was bekommen wir dafür? Ach Ne 3 Das ist ja mal ganz schön Schlechter Start Für die Welt 1 Europa Ja Immerhin gespeichert Geh mal zu Europa 2 Ich werd dann schauen Ob ich dann In späteren Aufnahmen Das Ganze nochmal verbessere Aber wie gesagt Ich spiele das Ganze blind Ich weiß gar nicht Was Auf mich zukommt Oh man Was ist das denn wieder? Was für ein Creepy Shit Aber auch das haben wir geschafft Oha Och ne, oder? Farbkugeln Laufbänder Und Ketten Das geht gar nicht Ich geh mal unten lang Komm ich da oben ran? Boah, aber grad noch so So, Savepoint Easy Game Oha, oha Okay Oha, schnell rüber Die Dinger gehen wieder runter Und was ist das hier? Okay Nein Oh, nein, nein, nein Oh, Mann Der dämliche Wiggle Stick Der will wohl heute nicht Vorsichtig Oha, vorsichtig Jetzt mit ganz viel Schwung Super Da muss man nämlich A Im richtigen Zeitpunkt Drücken Damit man einen hohen Sprung bekommt Und Ähm Ich hätte auch von oben Gläubig rüber springen können Aber naja Hauptsache gesaved Und was ist Oh ne Was ist das denn Für ne fiese Farbschlange Geh bloß weg Oh, oh, oh Okay, okay Oben Ähm Jetzt unten Unten und oben Super Oh, jetzt slide ich mal besser Trampolin Und nochmal slide Nice Super Oh, wir die schnellen Laufbänder Ähm Da geh ich mal besser unten lang Und slide Und Wow Läuft der wie geschmiert Nein Ach Und da war das hier Mann Äh Egal Machen wir das Ganze nochmal schön Wurf aufs Trampolin Sliden Diesmal Ja, super Ach Ist doch super Mensch, ne Zwei Und noch ne Moonwalk Einlage Wunderbar Und das Ganze noch Gespeichert Besser geht's doch nicht Oder was sagt ihr Schauen wir mal Welt 3 Und wieder ein Ventilator Und Farbkugeln Oh mein Gott Oh Krieg ich halt wieder Pickel im Gesicht Wenn ich die Dinger sehe Ran an die Kette Ran an die Ja Savepoint Wunderbar Okay Oh 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 Schrennen Renne 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 Lada Oh Oh, was haben wir denn hier Aha Alles klar Springe ich mal schnell rüber Und Save War ja einfach Gucken wir mal hier Oh Ja Ja Vom Goldenen Stoffhammer Erwischt Wohlgemerkt Goldblau Aber naja Okay, weiter geht's Oh Sag mal Diese Laufbänder Und auch noch diese Roten Die so schnell abgehen Aber egal Auch das haben wir Gemeistert Und das hier auch Gespeichert Nein Oh Mensch Ich hab kurze Arme Jetzt aber Super Nein Oh Okay Okay, das ist wirklich fies Auf einem Ventilator Da muss man echt aufpassen Wow Nein, nein, nein Ach Mist Okay Jetzt aber Ob ich das schaffe Das wird knapp Jetzt werde ich das erst recht nicht schaffen Okay Ganz ruhig Okay Oh Ach Mann Dieser dämliche Wiggle Stick Okay Jetzt aber Das Ganze In schön Vorsichtig Vorsichtig Super Und gesaved Och nö Farbkugeln schon wieder Hier kann man rüberspringen Hier drunter Aua Sag mal Wie soll man den Dreiern denn ausweichen Da kann man bücken Aber da Kann man schlicht rüberspringen Den kann man nur ausweichen Wenn man in die Lücke geht Aber naja Auch das haben wir geschafft Und das hier war Einfach Alles klar Leider eine 3 Oha Trotzdem jubeln die Zuschauer Immerhin Dann kannst du speichern Ne Gucken wir mal Hier auf Europa Map Hier Das Ganze gespeichert Und los geht's Worüber Und Oha Ketten Alles klar Alles noch safe Zack Und zack Super Nein Oh Die Dinger Gehen jetzt in die andere Richtung Da kann man ja super raufspringen Ähm Okay Zack 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 Ach man Ich hab immer Angst zu weit zu springen Bei dem Sprint Ja super Und gespeichert Und gehen wir mal oben lang Da unten Da unten hab ich ehrlich gesagt Da unten hab ich ehrlich gesagt Keine Lust da drauf Nein Ach man Dann Okay Zeit irgendwie aufholen. Och ne, nicht schon wieder sowas. Diese fiesen Laufbänder. Ja, da falle ich natürlich dazwischen. Ist klar. Naja, okay. Zack, zack. Und das Ganze gesaved. Und was ist das hier? Oh mein Gott. Okay, da muss man gut timen. Darauf? Nein. Okay, jetzt aber. Darauf. 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 Da und super. Und gesaved das Ganze. Oh, das war ein bisschen doof. Das Ganze nochmal. Ne, 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 ne. Nochmal. Los, A-Knopf. Super. Ach, egal. Los rüber. Schaffst du schon. Super. Und safe. Wann in die Kette? Oh ne, nicht schon wieder Farbkugel. Ja, genau nämlich das. Passiert genau das. Egal. Ran an die Ketten. Schnell hoch, hoch, hoch. Das war knapp. Und das Ganze gespeichert. Stoffstampfer. Wie schön. Und noch Laufbänder. Egal. Ziel. Nein, eine 3. Kriegen wir noch heute irgendwie eine super Note. Ich glaub nicht. Mal schauen. Europa 5. Unsere letzte Chance, hier noch irgendwas rumzureißen. Aber die Maps, wenn ja, wie ihr sagt, immer schwieriger. Gucken wir mal. Die letzte Map. Los geht's. Ladao. Safe Point. Und, okay. Ich muss mit dem Trampolin mitlaufen. Wird lustig. Mit Stampfern. Und noch diese dämlichen Laufbändern. Oh, das war knapp. Safe Point. Super. Ach, nicht schon wieder die Dinger. Oh, ey, das ist fies. Diese dämlichen Steinblocks. So, jetzt aber. So. Und schnell da rüber. Wunderbar. Safe Point. Oh, ja. Da krieg ich wieder ein lächelndes Gesicht. Farbkugeln. Nein, nein. Oh. Oh, naja, okay. Das haben wir auch safe. Aha. Ah, die fahren hoch. Alles klar. Nutzen wir auch gleich aus. Ran an die Kette. Oha. Okay, erst warten. So. Oh mein Gott. Uah. Das war eine halbe Indiana Jones Akt. Aber auch das haben wir gemeistert. Trampolin. Trampolin. Na los. Dämlicher A-Knopf. Jetzt aber. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt aber. Wunderbar. Opa. Oh nein. Farbkugeln. Ey, nee. Das ist echt fies. Oh Mann. Oh. Meine Güte. Jetzt Trampolin und Farbkugeln. Ach, nö. Verarsch mich doch nicht. Oh. Ey, zum Glück war die Kette da. Oh, nee. Ich glaub, die Map ist echt Farbkugel mäßig. Voll bestückt, ey. Voll bestückt, ey. Oh ja, auf jeden. Ja, super. Schöne Farbkugel auf dem Kopf. So. Gucken wir mal. Oh. Ach, nee. Ich glaub, ich hab da oben was gesehen. Mal schnell hinrennen. Ich glaub, das über mir war ne Plattform, war. Oh, ich dödel. Natürlich. Umbrella mäßig ausnutzen. Und ran an Ziel. Wunderbar. Schön. Und? Ach, wieder ne 3. Naja. Auf jeden Erfolg, Eurostar. Wunderbar. Naja, okay. Ab hier beende ich meine allererste Aufnahme. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bei Lob oder Kritik, bitte in die Comments. Ich bin für alles, was in diesem Video passiert ist, offen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, euer Ladao. Bis dahin, ich bin für dich.